ein mercedes benz a160 steht hier zum verkauf die silberne limousine ist fünftürig und bietet platz für fünf personen der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei 50.000 km die erstanmeldung die limousine verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie esp regensensor elektrische fensterheber multifunktionslenkrad elektrische seitenspiegel und vieles mehr das automatikgetriebe überträgt eine leistung von 95 ps der angegebene verbrauch liegt bei 6,6 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen die 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 die